Norbert Mayer, erster Vorsitzender Kreis Landvolkverband Vechter, in dankbarer Anerkennung der um den Berufsstand erworbenen besonderen Verdienste die goldene Ehrennadel. Hannover, den 17. November, der Präsident. Mein lieber Norbert, herzlichen Glückwunsch, einer der es verdient hat. Hat Volker Kauder sie an die Hand genommen, ist auch mit ihr zu Ursula von der Leyen gegangen und hat gesagt, liebe Ursula, guck dir doch mal unsere tolle Silvia an. Uschi, willst du dir nicht auch so eine schöne Frisur machen? Dann braucht die Lino Uschi nicht mehr fünf Flaschen Haarspray jeden Tag. Und mit dem Klimaschutz werden wir auch weiter. Wie es denn nun eine Frau machen werde? Und in der Tat, einiges war auch anders. Vor dir war noch keiner unserer Geschätzführer schwanger. Das habe ich extra nochmal nachgeschaut. Das ist jetzt nur das Modell und geliefert wird morgen früh für euch zu Hause das Original. Also ich denke, da kannst du und auch Thorsten auch mal, wenn du dann mal wieder eine entspannte Zeit gelöhnend hast. Schön und eurem Jahr entspannen. Und wir wünschen euch vom Vorstand sehr viel Spaß.